Das war die, wo ich Niko mit nem Katz geklönt hab. Ah ja, genau. Das ist die, wo ich immer sofort ne Shotgun in der Hand hab. So wie jetzt. Ich auch. Lustigerweise, komischerweise, ein Lechgeist. Liebes. Gubi, hi. Hallo. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber auf dieser Map gibt's glaube ich keine Traitor-Geheimnisse. Und wenn doch, dann nur eines. Oh geil, den Tektus. Also das erste, wo ich jetzt mal hingehe, ist aufs Scheißhaus. Ich bin irgendwie im Nichts. Ich bin irgendwie im Nichts. Ich geh zuerst mal Scheißhaus, okay? Ich muss erstmal. Oh, ich muss manchmal mehr aufs Scheißhaus, ich hab schon eine von denen. Okay, jetzt bin ich in der richten Map. Gibt's eigentlich Munition? Gut, wo treffen wir uns so? Wo treffen wir uns so? Hallo? Wer ist der Detektiv? Ich, Kubi. Ach stimmt. Munition für die UMP. Guck mal den Detektiv. Ich bin mir einfach zu viele mit Shotguns. Hm. Hier liegt eine Zeitraum. Wo sagst du, Kubi? Warum gehst du mir nachher? Habe ich doch gesagt? Ich folge dir das aber nicht. Ich will das aber nicht. Der Anderen wollten dir doch, okay, dann eben nicht. Was sagst du? Die anderen wollten dir doch auch gerade folgen. Ja, die sind da jetzt auch. Was? Kubi darf ich dein Detective Freund sein? Hm. Beweis mir, warum du sein solltest. Nein, kann ich nicht. Ich kann dir das ehrlich gesagt nicht beweisen. Wie auch? Dann... Ja. Nein. Dann ja. Na dann! Ich kann dir bitte ankündigen, wenn er sich ein Radar kauft. Ich kaufe mir jetzt eins, okay? Okay. Oh, wieder da. Kubi, du darfst dir eins kaufen. Und jetzt kann ich als Geist umher. Ich habe meine UMP weggeschmissen. Ich bin stockbehindert. Oh, das ist wieder so eine Map, wo man als Geist ganz oben fliegen kann. Und dann hat man alles im Blick. Das ist, wenn es so Räume gibt, meistens tot. Ach, Birdo, geh weg! Ach, Birdo, geh weg! Hä? Was ist mit Birdo? Dario ist hier. Der stört sich an mir und ich störe mich an ihm. Hä? Genau, deshalb bin ich hier weggegangen. So wie man es machen sollte. Oh, ja. Ich höre Schüsse. Ich. Ich habe jemanden mit einer Sniper schießen hören. Das war ich. Immer noch. Das ist der Detective. Okay. Meine UMP hat irgendwo festgepackt. Das hatte ich nicht so keiner. Wir müssen jetzt hier mal zur Rande kommen. Die Innos knallen jetzt einfach alle ab. Okay. Klar. Macht euch. Wecklehrer hat immer noch ein Triebwerk. Macht jetzt. Hm, was? Wecklehrer hat ein Triebwerk. Mann, wo seid'n ihr? Ja, ist voll geil, ne? Das ist ein Jumppack, oder was? Das ist ein Schnelltyp. Nö, eigentlich nicht. Pecky, Pecky. Pecky, Pecky. Was ist das hier? Hey! Du hast auf mich geschossen. Ist bisher irgendjemand schon gestorben? Hm. Ich frage nochmal, ist bisher schon irgendjemand gestorben? Du solltest vielleicht rundfragen. Nee. Äh, Skepta, lebst du noch? Cubeside, lebst du noch? Das ist skeptisch. Nein. Was dann? Moment. Dario, lebst du noch? Ja. Okay. Dann bist du entweder du, oder Tverus, äh... Ich bin nicht Traitor. Ich auch nicht. Dann haben wir ein Problem, weil wir alle drei nicht Traitor sind. Dario, kannst du mir mal einen Gefallen tun? Was denn? Ich gehe Suizid. Unten links müsste Innocent bei dir stehen. Buchstabier das mal rückwärts, so schnell du kannst. T-N-E-C-E, äh, C-O-N-N-I. Jetzt mach das gleich auch mal. T-N-E-C-O-N-N-I. T-N-E-C-O-N-N-T. Ja, okay, da wissen wir ja, wer es ist. Ja, ja, ja. Dario, unter anderem. Scheiße. Hey, ich bin eine nette Kiste. Willst du mir helfen? Dann kriegst du auch einen Wunsch frei. Ja, genau. Irgendwie sowas. Moment. Warum rennst du vor mir weg? Dario! Hau doch nicht ab. Ich erfüll dir einen Wunsch. Renn doch nicht weg. Nett, Mann. Chest-Quest. Er rinnt weg. Er will mich nicht. Er hasst mich. ZFX! Rippe halt endlich scheiß Waffe. Alter, lol. WTF? Na komm, Dario. Willst du nicht sterben? Hm. Okay. Hier wohl doch wieder runter. Mein Gott! Ah! Fuck you! Fuck you, Black Laser! Fuck you! Yeah! Einer noch. Ah, du bist so entspannt! Biese Drecksau! Äh, CubeSide, wie machst du das? Biese Drecksau! Biese verreckte Drecksau! Ah, shit! Nice! Yes! Yes! Wo warst du? Ich hab's gehört. Ich hab dich auch gehört, aber ich... Irgendwie... Du warst hinter mir, oder? Äh, Leute, ohne Scheiß. Ich habe deutlich gesagt, dass Becky mich erschießt, obwohl ich Detective bin. Seid ihr taub, oder was? Ja, das hat er. Wer war eigentlich mein Traitor-Kollege? Was passiert, Mann? Oh, zum Ausrasten. Gar keiner! Es waren ja nicht voll Leute, dass zwei Traitor sein können. Ich, ich. Oh, Bullshit, Alter! Ich hätte fast alle gekillt! Oh! Mann, ey! Alleine wohlgemerkt, ja. Seit ich geladen hab. Ja, hätte mich darin nicht gekillt, wären wir zu zweit gewesen. Sogar zu dritt gegen dich. Oh, was ne Gemeinheit. Nein, über dich, ja! Echt? Weil wir alle sich nicht mehr vermutet hatten, das ist das Problem. Weil da keiner irgendwie irgendwas untersucht. Nee, weil einfach keiner zuhört. Ja, das auch. Das auch. Das auch. Weinfressig. Ich wär fast ausgelassen. Also, ich untersuche in der Regel. In deiner Regel, das ist immer. In meiner Regel, ja. Deine Regel. Wenn du deine Regel hast. Okay, das ist ekelhaft. Warst du halt aber auch voll fies, weil ich weiß jetzt nicht wen ich da erwischt hab im Wald, aber ich hab ihn so fies erwischt mit nem Header. Ich bin nieder die Tags, und jetzt. Ja, ich werd auch... Hey, Blacky. Au. Okay. Wer, wer... Wer hat da grad... So. Ich bin grad runtergefallen. Wer hat was? War? War auch scheiße. Okay. Machst du das? Ich war da. Sorry, sorry, sorry. Ja, wie soll ich hier weggehen, wenn ich hier hoche? Pass bloß auf. Du bist eher das Wurzelnägen. Ja, ich bin ja auch weggegangen. Wo... Ah, scheiße, ist ne Sackgasse. Kubi liegt. Und dann, wer in der Nähe ist. So, hier ist ein Fass. Ich bin ne Wurstlegen, okay? Diesmal permanent hier. Dauerhaft. Okay, hier. Hallo Fass. Wurzelnägen, ihr bleibt weg. Apropos Wurstlegen und so, ich hab grad jemanden Shotgun schießen hören. Ja, ich hab nen Fass grade erschossen. Oh. Du hast ne Shotgun. Ja. Ja, ich hab ne Shotgun, aber ich war aufm Klo. Du? Was? Du bist verdächtig. Was? Was ist verdächtig? Ich hab auch ne Shotgun erschossen. Ich hab auch ne Shotgun, aber du hast auch ne Shotgun. Ja, dann gucken wir, ob andere auch ne Shotgun haben. Oh, Fass. Fass. Ja, ich hab auch ne Shotgun, aber ich war aufm Klo. Verdammt, warum haben alle Shotgun? Ich hab ne Rifle. Ich war aufm Klo, Leute. Ich hab grad ne, äh... War schön braun. Ich hab ne Rifle. Vorsicht, da oben ist einer auf dem Fass. Auf dem großen Ding da. Ja, das war ich. Ich geh jetzt noch aufs andere, um zu sehen, ob da noch jemand ist. Nö. Wenn wir alle mit Shotgun haben, was soll ich denn jetzt bitte schon mit ner Rifle anstellen? Uh, hier ist ne Höhle. Dich auf ne Türen stellen und losfeuern. Ah, hier kann man nicht in die Höhle rein. Die nutzen. Hier sind schon wieder zu viel auf einem Haufen, du. Das stimmt, aber... Ich trenne mich wieder. Da ist Alex. Das gefällt mir echt nicht. Hi. Oh, ich kann nicht sehen welches Fass... Ich weiß nicht wer der Tote ist in dem Fass. Doch, ich komm jetzt weg. Nein. 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 Das wird wahrscheinlich derjenige sein, der dort hinten rumliegt. Also, Kubi. Ich bin hier links. Ich hätt zu gerne gewusst, wer das Fass in Besitz genommen hat. Also auf jeden Fall ist schon jemand dort. Hier, der hier wächst wahrscheinlich. Der da. Hier, der am Boden liegt. Der da. Aha. Wer ist denn jetzt noch am Leben? Jetzt probieren wir was los. Also, ich und Kubi. Ich grunde alle bis auf Kubi. Ich lebe auch noch. Ne, es sind mindestens schon zwei tot. Und ich war's definitiv nicht. Okay. Gehen wir mal durch. Da läuft einer rum. Ich bin da. Black Laser. Cool. Dario. Die Karte ist richtig gut durchgekommen. Daria ist noch da. Weltmeer. Ich lebe auch noch. Ich bin auch noch da. Fuck. Dario. Dann leben vielleicht doch noch alle bis auf den... Bis auf Kubi. Alle außer Kubi. Alex lebt auch noch. Also, ich geh wieder ins Scheißhaus. Ja, ich hab voll die Verstopfung weiss. Ich muss ja ständig. Ja, aber da musst du ja eben nicht aufs Scheißhaus, wenn du eine Verstopfung hast. Hä? Ja, doch. Da muss ich besonders lange drücken. Ja, dann musst du auch irgendwann zur Gehirn-OP. Oder so. Weil's auch wieder rauskommt. Blacky, versuch mal die Teile so lange drücken, bis der Kopf platzt. Ja, natürlich krieg ich sie jetzt nicht auf. Weiß ich schon. Ich hab mal Blacky eingesperrt, ne? Erschließ dich bitte nicht. Ja, ich hab ja gesagt, ich bleib mal die Teile so lange drücken, bis der Kopf platzt. Ich bleib hier ein bisschen länger. Es könnte ein wenig länger dauern bei ihm. Brauchst du nen Relaxant? Alter, es macht mir keinen Schaden hier. Ich bekomme Schaden durch das Fass. Was? Cool. Schieß weg, fliegt schon. Ja, hab ich. Es kommt da noch ne Kiste. Ja, hier noch ne Kiste. Eine fucking Kiste, kommt da an. Ist voll schade. Immer wenn ich sterbe, ist die Runde schon vorbei auf der Map. Ich will auch mal Geist sein. Ich lass dich jetzt mal raus. Ich lass dich jetzt mal raus. Danke. Ich wollte schon länger raus. Okay, also wir haben zwei Tote jetzt mindestens, weil wir zwei Geister haben. Oh, Dario, du bist ja auch hier. Geh weg, geh weg. Was denn? Chill mal, Mensch. Ich schieß nicht. Warte, hier. Warte. Ich holster die Waffe. Siehst du? Da. Waffe geholt. Du weißt, dass ich diese Frage nie beantworte. Stimmt allerdings. Aber für mich beantwortest du doch bestimmt. Nee, eigentlich nicht. So. Das ist schade. Ja. Ich wurde angeschlossen. Ich wurde angeschlossen. Ja, von ner Rifle. Wer hat gesagt, hat ne Rifle? Peppy hat ne Rifle. In die Richtung. In die Richtung. Peppy, du Sau. How to kill Peppys. Da oben steht ja eigentlich auch einer. Da oben steht noch Dario und... Also, ich hab mir ne Pistole grad die ganze Zeit ausgerüstet gehabt. Ja, da hinten steht auch noch einer. Pistole! Wow! Fass, Alter. Ich kann die Luft schießen. Nur von wo wurde ich angeschossen? Das ist wahrscheinlich echt gute Frage. Ich hab keinen gesehen oben. Ich bin jetzt den ganzen Ding einmal rundum gegangen. Oh, warte. Da ist einer. Das ist Dario. Okay. Alex ist bei mir. Dario, bleib mal stehen und zeig mir, was für ne Waffe du in der Hand hast. Das kann der Birdo bezeugen. Okay, gut. Hey. Du hast ja verfolgt mich, Birdo. Hättet die Waffe auch auch austauschen können. Was, Alter, ihr? Alter, ihr? Was hast du für ne Waffe in der Hand? Pistole. Ich vermutungen habe. Nein, ich meine, was für ne richtige Waffe hast du. Ich hab Schangen gekriegt. Zeig her, was du für ne Waffe hast. Ich hab Schangen gekriegt. Zeig her, was du für ne Waffe hast. Zeig her, was du für ne Waffe hast. Was hat da Jungs? Du sollst zeigen, was du für ne Waffe hast. Ein Magnetostick. Ein Magnet... Scheiße! Okay, okay. Ich zeig dir die ultimative Waffe. Nein! 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 Alter, ihr? Das war verdammt teuflisch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Alex. Was denn? Zum Verständnis. Ich hab dir grad Schaden gemacht. Wer das ging? Aha. Mit dem Fass. Wer das ging? In diese Höhle, wo ich meine, es ist da kommt man rein. Da kommt man rein. Hat einer der Geister etwa den Traitor gekillt oder was? Nein, ich hab's versucht. Nein! Also da kommt man rein und ich hab da gehockt mit einer Rifle, weil ihr alle ne Shotgun hatte. Und True Alter ihr hat mich einfach von hinten ganz weit hinten weggesniped. Wow! Nice! Jetzt aber nochmal die Frage, wer war sonst noch Traitor außer Peppy? Peppy war nicht Traitor. True Alter ihr und ich waren's. Ich! Ja! Wieso? Wieso haben wir euch schon mal verweggenommen? Ihr seid doch beide nicht gestorben. Warum hatten wir denn dann gewonnen? War die Zeit rum? Ja, die ist ja jetzt. Oh, ihr luschen. Okay, das hat sich schnell gelöst. Also Kubi, du könntest jetzt immer sein. Ja, irgendwie. Glaube ich aber irgendwie nicht. Ja, ich wollte das, was, was... Mm! Ja,3,1,4,5! Ja!